Dauser hat immer wieder betont, dass er die rigorosen Trainingsmethoden und die mentale Stärke, die Hambüchen in seinen Wettkämpfen zeigte, bewundere. So äußerte Dauser, dass die Fähigkeit, sich unter Druck zu beweisen und gleichzeitig Spaß am Wettkampf zu haben, eine der größten Herausforderungen im Leistungssport sei. Besonders im Hinblick auf die bevorstehenden Olympischen Spiele betrachtet Dauser die Ansätze von Hambüchen als entscheidend für seine eigene Vorbereitung. In mehreren Interviews sagte Dauser, dass er die Bedeutung von mentaler Verfassung und strategischer Planung im Leistungssport erkannt habe. Er glaubt, dass sich die Techniken, die Hambüchen im Laufe seiner Karriere entwickelt hat, auch auf sein eigenes Training übertragen lassen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf der Routine und Disziplin, die für einen Olympiateilnehmer unerlässlich sind. Um sich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten, hat Dauser ein intensives Training abgestimmt, das den damaligen Trainingsaufbau von Hambüchen aufgreift. Insbesondere die Akrobatik und die Geräteeinheiten sind für ihn von zentraler Bedeutung. Dauser erklärte, dass er bemüht sei, hochwertige Techniken zu erlernen und zu perfektionieren, um im Wettkampf zu bestehen. Ein weiterer Aspekt, den Dauser von Hambüchen übernommen hat, ist die mentale Vorbereitung. Er hat erkannt, dass eine positive Denkweise und das Setzen von realistischen Zielen essentiell sind, um den Druck auf der Wettkampfbühne zu bewältigen. Dauser hob hervor, dass Hambüchen für ihn ein Paradebeispiel dafür sei, wie man mit Rückschlägen umgehe und sie in Motivation umwandelt. Zudem schätzt Dauser die Bedeutung von Teamgeist und Austausch im Leistungssport. Er hebt hervor, dass das gemeinsame Training mit anderen Athleten, insbesondere mit solchen, die viel Erfahrung mitbringen, entscheidend für die eigene Weiterentwicklung ist. Hambüchen habe stets betont, wie wichtig es sei, von anderen zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen. Die Olympischen Spiele 2024 in Paris stellen für Lukas Dauser eine große Chance dar. Durch die Adaption von Hambüchens Trainingsmethoden und Strategien hofft Dauser, nicht nur seine Leistung zu steigern, sondern auch entscheidende Erfahrungen zu sammeln, die ihn über die bevorstehenden Wettkämpfe hinaus begleiten werden. Seine Zielstrebigkeit und die Inspiration, die er aus der Vergangenheit schöpft, könnten sich als entscheidender Vorteil für seine Karriere herausstellen. Schließlich ist es deutlich, dass die Verbindung zwischen den beiden Athleten nicht nur sportlich von Bedeutung ist, sondern auch die jüngere Generation im Turnen motivieren könnte. Lukas Dauser repräsentiert eine neue Welle von Turnern, die bereit sind, die Herausforderungen des internationalen Wettbewerbs anzunehmen und dabei die Lehren der Vorgänger zu befolgen. Autor mit Datum Montag, 5. August 2024